Ich lerne Deutsch. Nummer 12.599 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Hut ist zu groß für dich. Er verdeckt dein Gesicht. Mein Herz hängt daran. Ich möchte es so gerne haben. Nach einem anstrengenden Tag entspanne ich mich abends beim Tanzen. Nach einem anstrengenden Tag entspanne ich mich abends beim Tanzen. Nach einem anstrengenden Tag entspanne ich mich abends beim Tanzen. Der Gesetzgeber diskutiert die Einführung neuer ethischer Richtlinien Der Gesetzgeber diskutiert die Einführung neuer ethischer Richtlinien Beim Wandern habe ich immer mein Fernglas dabei. So kann ich die Tiere im Wald besser beobachten. Priester und Beamte benutzten die Schrift, um religiöse Texte, Gesetze und Verwaltungsdokumente zu verfassen. Bildung ist ein Prozess des Lernens über die gesamte Lebensspanne. Bildung ist ein Prozess des Lernens über die gesamte Lebensspanne. Bildung ist ein Prozess des Lernens über die gesamte Lebensspanne. Bildung ist ein Prozess des Lernens über die gesamte Lebensspanne. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Vielen Dank.